Energie ist überall. Wir sind in ständiger Interaktion mit den Räumen, mit den Pflanzen, mit dem Licht, mit allem, was uns einfach umgibt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute wollen wir uns mal mit einem ganz besonderen Thema beschäftigen und zwar mit energetischen Räumen und dazu habe ich Kathleen als Gast und Kathleen hat den Master in Feng Shui, sprich sie ist Expertin auf dem Gebiet der energetischen Räume und da stelle ich dir eingangs jetzt erstmal die Frage, was sind überhaupt energetische Räume? Warum sollte man sich mit diesem Thema beschäftigen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Lukas. Ja, Energie ist überall. Wir sind umgeben von Energie und folglich hat das natürlich auch ganz, ganz großen Einfluss auf uns. Und ja, da kann ich eigentlich auch schon gleich die Brücke spannen. Wenn ich meinen Raum verändere, verändere ich auch irgendwas in mir. Irgendwas, weil es kommt natürlich immer darauf an, wie ich den Raum verändere. Und jetzt geht es einfach darum zu gucken, passt der Raum auch zu mir in meiner aktuellen Lebenssituation, mit dem, was ich vorhabe, mit meinen Wünschen, mit meinen Zielen, mit der Partnerschaft, mit dem Beruf. Und ja, genau das ist in meiner Vorstellung letztendlich Feng Shui. Ja, ein besonders extremes, krasses Beispiel zum Thema die Energie beziehungsweise die Wirkung von Räumen ist Friedrich Schiller, wie er den Wilhelm Tell geschrieben hat. Und zwar hat er sich den ganzen Raum zugehängt mit Karten beziehungsweise Informationen zu dem Ort, an dem Wilhelm Tell spielen sollte. Ja, also das spielt ja in einer bestimmten Schweizer Region. Und er hat halt sich den ganzen Raum beim Schreiben halt eben damit zugekleistert, also mit diesen Karten. Zusätzlich hat er sich dann immer starken Kaffee bringen lassen und hat zwei Wochen komplett an diesem Stück durchgeschrieben. Also wenn er schlafen musste, ist er auch nicht zu Bett gegangen. Er hat dann einfach den Kopf auf den Arm gelegt, hat dann ja am Schreibtisch geschlafen. Und sobald er aufgewacht ist, hat er dann halt eben weitergeschrieben. Also er hat den ganzen Raum, seine ganzen Räumlichkeiten komplett mit dem Fokus auf dieses Werk ausgerichtet. Also das ist jetzt schon eine sehr magische Praktik, könnte man sagen oder muss man tatsächlich eigentlich auch so sagen. Also aber ich wollte die jetzt einfach mal aufführen, um so ein Extrembeispiel für energetische Räume hier mal darzustellen. Und hier sieht man auch wieder, er hat es bewusst gemacht, um genau dieses Werk zu schreiben, zu vollenden. Und tatsächlich passiert es aber die ganze Zeit mit uns. Das ist das Faszinierende daran, auch wenn wir uns eben nicht darüber bewusst sind. Deswegen bin ich totale Freund davon, zu sagen, okay, lass uns das ganz gezielt machen, nämlich für deine Lebensträume. Mein Motto ist Wohlfühlräume für deine Lebensträume. Wollen wir mal an dieser Stelle darüber sprechen, wie du zu diesem Gebiet gekommen bist? Also was hat dich dazu bewogen, einen Master in Feng Shui zu machen? Ja, das ist tatsächlich eine etwas längere Geschichte, aber ich gehe da gerne darauf ein. Ich habe angefangen 2002 mich mit dem Thema Krankheit als Symbol, Rüdiger Dahlke und sowas zu beschäftigen. Also so ein bisschen die Ursache dahinter, weil ich selber eine mehr oder weniger schlimme Krankheit hatte. Und ja, ich wollte einfach wissen, warum hat mich das jetzt getroffen? Wie kann ich das auch in der Zukunft verhindern letztendlich? Und dann habe ich in Thüringen einen Naturladen eröffnet. Das war so ungefähr 2008. Habe mich sehr, sehr viel mit Ernährung, mit gesundem Wasser beschäftigt. Und irgendwann stand da natürlich auch die Heilpraktika-Ausbildung so mit auf dem Plan. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Körper so ein bisschen rebelliert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ich habe tatsächlich in Frankfurt die Ausbildung gemacht, aber nie die Prüfung gemacht. Und ja, für mich war das ganz wichtig, so hinter das Ganze zu gucken, zu gucken, warum entstehen bestimmte Krankheiten. Aber ich hatte nicht so diese, ich sage jetzt mal vorsichtig, diese schulmedizinische Auffassung dazu. Und dann kam irgendwann Vasati, also quasi die indische Form vom Feng Shui in mein Leben durch eine ganz interessante Ausbildung. Ich habe mich mit Mantren beschäftigt. Und ja, mein Lehrer in Thailand, das ist ein kleiner chinesischer Mönch, wie ich ihn immer wieder nenne, der hat Mantren rezitiert. Und ich fand das so faszinierend, was er für eine Energie aufgebaut hat, dass ich mich einfach damit mehr beschäftigt hatte. Bin zu Vasati gekommen und ja, irgendwie dann auch zum großen Bruder oder der kleinen Schwester, wie auch immer man das bezeichnen möchte, zum Feng Shui. Und damit rein floss natürlich auch die chinesische Medizin. Also ja, der Zuschauer oder die Zuschauerinnen, die merken schon, es ist letztendlich alles eins. Es ist auch eigentlich egal, aus welchem Blickwinkel wir es betrachten, ob ich das mit den fünf Elementen erkläre, mit Yin und Yang erkläre oder ob ich aus dem Ayurveda da drauf gucke. Feng Shui, Vasati, wie auch immer wir das Ding nennen. Für mich ist einfach nur relevant, wie kann ich dem anderen eine andere Perspektive geben oder letztendlich den Schlüssel, um bestimmte Probleme oder Herausforderungen zu lösen, wie auch immer das Werkzeug heißt an der Stelle. Und ja, bei mir ist es letztendlich Feng Shui geworden. Da fühle ich mich tatsächlich am wohlsten, was die ganze Tiefe angeht, die ganzen Regeln angeht, weil man insgesamt mit der chinesischen Metaphysik unglaublich viel machen kann. Und gleichzeitig möchte ich so ein bisschen die Illusion nehmen, dass wir jetzt aus jedem, ja, ich sag mal, bayerischen Wohnzimmer einen chinesischen Dekoladen machen, weil das ist es garantiert nicht. Ich weiß, der ein oder andere hat immer so ein bisschen Angst, wenn die Feng Shui-Beraterin kommt, da wird besonders aufgeräumt und geputzt und alles ist immer ganz niedlich. Und ich sag, nee, lass das bitte alles, wie es normal auch ist. Und es geht wirklich nicht darum, dass wir irgendwelche chinesischen Glückssymbole oder was aufhängen. Das kann man machen, der ein oder andere ist affin dafür, aber das ist letztendlich nicht Feng Shui. Der Energiefluss, der ist auch da ohne Religion, ohne Glauben an was Bestimmtes, den können wir immer wahrnehmen. Und damit können wir ihn auch immer lenken, ob jetzt mit asiatischen Utensilien oder mit westlichen Utensilien, das ist vollkommen gleich. Also so ist zumindest meine Auffassung dazu. Genau, es geht letzten Endes um die Energie, um den Geist hinter den Dingen, hinter den Einrichtungsgegenständen und was dieser mit uns macht sozusagen. Also ich sitze jetzt hier in einem Raum, wir haben im Vorgespräch immer darüber gesprochen. Also mein Raum ist jetzt nicht unbedingt nach den Prinzipien des Feng Shuis optimiert, sage ich mal. Also wir haben da ein Bücherregal zum Beispiel im Hintergrund stehen, also das bringt zum einen schon mal so ein bisschen Unordnung, vielleicht ein kleines Ungleichgewicht in den Raum. Also der Geist der Bücher strahlt sozusagen permanent auf uns ab. Also unterbewusst fühlt man sich mit den Büchern oder mit dem Inhalt der Bücher verbunden, wenn man das Bücherregal auch nur anschaut. Ja, also hat jedes Buch letzten Endes eine unterbewusste Wirkung auf uns. Ja, also das ist jetzt mal so ein Beispiel, um so ein bisschen vorzustellen, ja, was für einen Einfluss halt eben, ja, Raumelemente auf uns haben können. Ja, wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer in diese Ebene reingehen? Also was genau ist denn jetzt Feng Shui? Also was sind da für Prinzipien? Wie kann man sich das genau vorstellen? Und an dieser Stelle sei auch noch mal erwähnt, du bietest da auch ein individuelles Coaching an, also was das Energetisieren von Räumen angeht, beziehungsweise was das Optimieren der Energien in Räumen angeht. Den Link dazu finden wir in der Beschreibung unter diesem Video. Aber jetzt erst mal zu der Frage, ja, was genau ist jetzt Feng Shui und wie kann man das anwenden? Genau, ich möchte vielleicht noch einen kleinen Schwenk machen, nämlich darüber, dass wir sagen, okay, es gibt einfach ganz, ganz viele Puzzlesteine, die einen Einfluss auf unser Wohlbefinden insgesamt haben und in meiner Vorstellung auch die Basis für unsere Persönlichkeitsentwicklung sind. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Feng Shui ist ein Teilaspekt. Also wir haben hier ganz oben Strahlung, Elektro- und Geobiologie zum Beispiel stehen. Vielleicht hat der ein oder andere sich damit schon beschäftigt. In meiner Vorstellung gehört das in Feng Shui oder nennen wir es einfach die ganzheitliche Raumbetrachtung genauso mit rein. Denn ein bedeutender Lehrer hat mal bei mir gesagt, wir können nicht nicht auf das Außen reagieren. Also wie schon erwähnt zu Anfang, die Energie ist überall. Wir sind in ständiger Interaktion mit den Räumen, mit den Pflanzen, mit dem Licht, mit allem, was uns einfach umgibt. Und da spielt das natürlich auch eine Rolle, genauso wie die gesunde Ernährung oder auch Emotionen. Also wie gehe ich mit Emotionen um? Wie kann ich die kanalisieren? Wie reagiere ich auf bestimmte Sachen? Atmung. Ja, leider atmen wir nicht unbedingt dienlich, die meisten jedenfalls nicht. Also gerade auch diesen Sauerstoff in uns aufzunehmen, auch das macht natürlich unglaublich viel mit unserer ganzen Lebensenergie. Mentales Wohlbefinden. Letztendlich auch der Punkt auf der gegenüberliegenden Seite. Wie zufrieden bin ich denn in Partnerschaft und Beruf? Fühle ich mich da wirklich wohl? Oder gibt es da was, ich sage mal, was ständig an mir nagt, was irgendwie ständig auch nach Verbesserung strebt? Das ist alles okay, aber ja, fühle ich mich wohl? Es ist letztendlich immer wieder auf den Punkt gebracht, dieser eine Faktor. Umfeld, Raum, Personen aber genauso. Vielleicht kennt es der eine oder andere, wenn man in einem Umfeld ist, wo einfach sogenannte Energieräuber sind. Wo man geht auf den Geburtstag zum Beispiel, ich mache mal so eine typische Familiensituation, wir hatten ja gerade erst Ostern. Und man merkt einfach, so nach einer halben Stunde, Stunde, man ist gefühlt wie leer. Also man hat keine Energie oder es ist besonders anstrengend vielleicht auch. Das kann man zum Beispiel auch bei Telefonaten haben. Also ganz, ganz unterschiedlich. Es geht einfach um die Interaktion mit Menschen, mit Personen. Da kann ich zum Beispiel auch nicht sagen, das hat keinen Einfluss auf mich, weil ich nicht daran glaube. Das merkt man. Also ich möchte mal behaupten, dass 99 Prozent der Menschen das tatsächlich merken und wahrnehmen. Manche nur vielleicht ein anderes Erklärungsmodell dafür haben. Nennen wir das mal so. Und Mindset, Soulset. Also wie konkurrent bin ich denn mit meinem Seelenweg? So möchte ich das mal übersetzen an der Stelle. Und welche Gedanken habe ich den ganzen Tag über? Womit beschäftige ich mich? Letztendlich in der Raumebene auch, du hast das so schon angesprochen, das Bücherregal. Mit welchen Informationen, mit welchem Wissen fütter ich meinen Geist? Und ich finde das zum Beispiel total genial, nochmal so richtig Bücher in der Hand zu haben. Das gibt mir eine ganz andere Energie, wie wenn ich diese digitalen Medien da immer nur habe. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. So ein iPad, das stelle ich in den Schrank. Da muss ich keine Angst, zumindest vor dieser Informationsenergie haben. Bei einem richtig physischen Bug, was ich in die Hand nehme oder da im Regal steht, wie du genau beschrieben hast, habe ich immer wieder diese Informationen, die da in einem gewissen Raum einfach vorhanden sind, auf die ich zugreifen kann. Aber die mich natürlich auch beeinflussen. Und zwar auch dann, wenn ich es vielleicht nicht möchte. Genau. Kann ich mal ganz kurz, weil es geht ja immer sehr, sehr viel um Aufmerksamkeit, wenn wir über Energien sprechen. Also ein anderes Beispiel ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Raum eine unbezahlte Rechnung liegen habe und lasse die da einfach liegen und schiebe das immer so auf das Datum, an dem ich die bezahle, dann gilt meine Aufmerksamkeit permanent auch dieser unbezahlten Rechnung. Also im Unterbewusstsein arbeitet die ganze Zeit, ich habe da noch etwas zu erledigen. Und sobald ich da auch nur dran denke, gebe ich diesem Element halt Energie bzw. Aufmerksamkeit. Und so ist das im Prinzip mit den Büchern eigentlich auch. Ja, also das Buch muss da nur stehen. Ich muss nur wissen, was da drin stand. Ich schaue es mir kurz im Vorbeigehen an und es beginnt in mir zu arbeiten. Also auch wenn das im Unterbewusstsein passiert. Ja, also das ist sehr, sehr wichtig zu wissen auf jeden Fall. Das kann man natürlich auch positiv nutzen, indem ich mir zum Beispiel mein Mission Board aufhänge. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Küche, da hängt so eine riesengroße Weltkarte und da sind ganz viele Länder drauf, die wir einfach noch bereisen wollen. Letztendlich nehmen wir, also mein Mann und ich, nicht mehr direkt wahr, dass diese Weltkarte da ist und bestimmte Länder da markiert sind. Aber jedes Mal im Rein- und Rausgehen sehen wir im Augenwinkel diese Karte. Und es setzt letztendlich Impulse genau dahin, dass wir einfach diese Länder noch bereisen. Also man kann solche Sachen und darum geht es letztendlich auch im Feng Shui mal zu gucken, was für Symboliken, was für Bilder habe ich denn in den Räumen um mich herum? Und wie kann ich die Bilder und Symboliken so auswählen, da sie mich positiv beeinflussen? Das Thema Wasser, ganz, ganz, ganz wichtig. Also womit fütter ich letztendlich auch meinen Körper? Ich sage ganz gerne, du bist, was du isst und trinkst. Also die Wasserqualität oder auch die Luftqualität. Das ist uns allen vor zwei, drei Jahren bewusst geworden, wo es um das Thema geht. Was befindet sich auch alles in der Luft? Und wie kann ich die Luft reinigen? Nicht jeder hat das Glück, so nah am Wald zu wohnen, wie wir das hier tun. Umweltverschmutzung. Also immer wieder natürlich ein Thema, aber auch die sportliche Betätigung. Und da möchte ich auch nochmal auf einen Lehrer hinweisen, der ganz, ganz viel bei mir im Leben bewirkt hat, nämlich der Peter Jenschura. Der ein oder andere kennt ja wahrscheinlich die Basenprodukte, die er da auf den Markt gebracht hat. Und gerade im Bereich Sport hat er auch immer wieder erwähnt, auch ein zu viel kann zu einer Übersäuerung vom Körper führen. Also letztendlich dieser Mittelweg, den brauchen wir in vielen Sachen. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen TCM mit reinbringe, also chinesische Medizin und die Energetik dahinter, dann ist mir zum Beispiel auch ganz wichtig zu sagen, dass wir, wenn wir eine Stagnation haben, dann muss die erstmal wieder gelöst werden. Also das, was uns FIMA, ich sag jetzt mal, blockiert oder am Weiterkommen irgendwie behindert, so diese gefühlten Steine, die uns in den Weg gelegt werden, die müssen manchmal so ein bisschen aufgesprengt werden. Und das kann auch anfangs ein bisschen knirschen und ein bisschen holprig werden. Das kann durchaus auch bei einer Feng-Shui-Beratung übrigens so sein. Denn wenn ich jetzt meinen Klienten zum Beispiel empfehle, dass sie auf einmal eine richtig schöne Farbe in ihre Wohnung bringen, wo wir doch vorher vielleicht nur weiße Wände hatten, dann macht das was. Dann ist das letztendlich schon die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Therapie dafür. Und diese Prozesse, die da in Gang gesetzt werden, ja, das ist einfach, das ist genial, dass wir das können. Ich habe das im Vorgespräch auch schon zu Lukas gesagt. Ich sehe Feng-Shui auch FIMA als ein Tool, als ein Werkzeug, wenn man zum Beispiel im Coaching nicht weiterkommt. Der eine oder andere hat ja schon Erfahrung, weil gewisse Lebensthemen da sind, im Bereich Partnerschaft, Beruf, Kinderwunsch, was es auch immer ist. Und vielleicht kommt man manchmal auf der emotionalen Ebene nicht weiter. Man kommt auch durch bestimmte Atemübungen vielleicht nicht weiter. Das Coaching an sich, also die Mindset-Ebene, wird auch noch nicht den richtigen Durchbruch gebracht. Also warum nicht einfach das Thema mal auf einer ganz anderen Ebene angehen? Zum Beispiel auf der Raumebene. Da fällt mir, weil wir jetzt gerade bei dem Punkt Zufriedenheit in Partnerschaft und Beruf sind, ich habe das tatsächlich gemacht, als ich mir vor zwei Jahren so meinen Mann manifestiert habe, da ist mir ganz klar geworden, es braucht Platz im Kleiderschrank. Ich glaube, das finden jetzt tatsächlich einige ein bisschen lustig, aber tatsächlich, ich habe mich auf allen Ebenen auf diesen Mann vorbereitet. Also der hatte quasi auch schon einen Stuhl in der Küche, weil der musste sich ja irgendwo hinsetzen, wenn er dann da ist. Also das nicht erst zu tun, den Stuhl zu besorgen, wenn er wirklich physisch da ist, sondern ja tatsächlich schon diese Vorbereitung zu treffen. Auch war zum Beispiel bei mir immer die zweite Bettseite schon bezogen. Ich habe das ganz oft bei meinen Beratungen, dass zwar die, ich sage jetzt mal die Frau, die hat ihre bezogene Bettseite, aber die leere Seite, die ist leer. Da ist weder ein Kopfkissen noch eine Bettdecke, noch ist da irgendwas nett hergerichtet. Naja, und jetzt mal die Frage an die Männer hier. Hättet ihr Lust, da hinzukommen? Also wenn dann erst so in der ersten Nacht, sage ich mal, noch irgendwoher Bettwäsche gezaubert werden muss, ist schon ein bisschen unpraktisch. Oder wenn der Mann die erste Nacht da schläft und eigentlich nicht mal weiß, wo er die Sachen hinstellen soll. Also bei mir war ganz klar definiert, die linke Seite ist seine, da darf er alles hinlegen. Also das hat für mich tatsächlich auch mit Energie zu tun. Und letztendlich auch, wenn wir bei dem wirklich viel gefragten Thema Partnerschaft und Beruf sind, letztendlich zählt es auch mit rein, die Räume auch zu reinigen. Und zwar zum Beispiel nach einer Trennung, nach einer Scheidung, nach krassen Krankheiten. Ja, da möchte ich ja die Energie nicht in den Möbeln noch haben. Denn die Möbel sind letztendlich auch nur Energie. Das heißt, wenn ich mich da häufig streite oder eben so eine Streitenergie, so möchte ich es mal nennen, da drin ist, dann hilft die rein physische Reinigung, also Befreiung von Schmutz, sage ich jetzt mal ganz grob, die hilft da nicht weiter. Also ich muss da wirklich auch auf einer anderen Ebene ansetzen. Und das ist letztendlich genau die Energie, um die es geht. Genau, also für diejenigen, die jetzt da vielleicht noch nicht so unbedingt dran glauben, man kann es auch einfach so erklären, also bestimmte Dinge, die bei Streitigkeiten anwesend waren, erinnern einen ja dann möglicherweise auch immer an diese Streitigkeiten. Also da sind wir auch wieder beim Thema das Lenken von Aufmerksamkeiten. Also in Indien zum Beispiel ist es auch gang und gäbe, dass man die Kleidung von Verstorbenen zum Beispiel auch nicht aufhebt, sondern tatsächlich sogar verbrennt, ja, also weil man halt eben sich mit der Energie des Verstorbenen nicht weiter beschäftigen möchte oder die soll nicht weiter auf einen wirken sozusagen. Das muss nicht heißen, dass man ihn in schlechter Erinnerung hat, aber man möchte ja das zum Beispiel in Erinnerung haben, was ihn wirklich ausgemacht hat und nicht die Kleidung, die er getragen hat oder was damit verbunden ist. Das kann man an der Stelle vielleicht noch ergänzen. Also du hast eben gesagt, ich glaube Trennung und Streitereien und so weiter. Also wenn jemand verstorben ist, dann genau gehört so eine Reinigung da ebenfalls dazu. Auch bei einem Umzug. Wenn ich meine Wohnung, mein Haus wechsle, manche Klienten, die sind schon zu mir gekommen, haben gesagt, wir wohnen jetzt seit drei Monaten hier und wir kommen nicht richtig an, wir fühlen uns nicht richtig wohl, obwohl das vielleicht sogar unsere Traumwohnung ist. Es hat alle technischen Qualitäten, die es braucht, mit Balkon, mit Terrasse, was auch immer die Menschen sich wünschen, aber sie fühlen sich nicht so richtig wohl. Und dann kann man zum Beispiel ein Space Clearing machen, so heißt das in meinem Fall. Das heißt wirklich eine komplette Raumreinigung, angeleitet. Da geht es ums Räuchern, da geht es aber letztendlich auch um Akustik. Also mit Trommel und bestimmten anderen Tönen kann man letztendlich die Energien erst mal so richtig aufwirbeln und aus den physischen Materialien, aus den Möbeln rauslösen, um dann natürlich, und das ist der nächste Step, eine neue Energie dort zu platzieren. Leichtigkeit, Freude, was auch immer die Menschen einfach an der Stelle haben wollen. Also ein ganz, ganz tolles Beispiel auch diese Todgeschichte, die du gerade von Indien erzählt hast. Was ich häufig in meinen Beratungen angreffe, sind natürlich auch Bilder von Verstorbenen. Und was mir auch immer wieder auffällt, Lebende und Tote nebeneinander. Und das ist den meisten gar nicht bewusst. Also man will ja die Großeltern, die Eltern, Freunde, Bekannte, wer auch immer gestorben ist, man will die schon mit dabei haben. Aber man sollte sich wirklich der Tatsache bewusst sein, dass sie so immer einen Einfluss auf uns haben. Was ich ganz gerne empfehle, sind dann sowas wie hergerichtete Altare. Das ist aber jetzt nichts Religiöses, das möchte ich unbedingt dazu sagen. Bei mir ist ein Altar nichts anderes wie ein definierter Platz, den ich ein bisschen schön herrichte. Da gibt es immer mal eine Kerze, da gibt es immer mal Blumen, da räuchere ich natürlich liebend gerne. Und genau da stehen diese Bilder. Da stehen auch nicht immer die gleichen. Sondern dann, wenn ich das Bedürfnis habe, an zum Beispiel meine verstorbene Oma zu denken, dann hole ich das Bild vor. Und dann widme ich auch meine Energie genau dieser Person. Also nicht dieses, ich gehe mal durch den Flur und laufe an drei verstorbenen Menschen vorbei, sondern an den Bildern von denen, sondern wirklich ganz bewusst. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in unserer jetzigen Zeit und Gesellschaft. Wir kriegen so viel Ablenkung von ganz, ganz vielen Faktoren, von Werbung, von all dem, was über Social Media und Co. auf uns einprasselt. Und es ist teilweise echt schwierig, sich da auch so ein bisschen zu schützen davor. Also es braucht wirklich viel Disziplin und Fokus. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir auch in der Wohnung genau damit anfangen. Ja, ganz genau. Also wenn man da die einzelnen Räume optimieren möchte, dann kann man bei dir ja ein Coaching buchen. Wollen wir jetzt an dieser Stelle mal so vielleicht so ein bisschen allgemein mal schauen, was sind so allgemeine Dinge, auf die man achten kann? Also du hast ja jetzt eben schon so ein bisschen die Bilder angesprochen. Also wenn ich jetzt meinen Raum optimieren möchte, was kann ich da mir genau anschauen? Also grundsätzlich heißt Feng Shui immer so von der Makroebene auf die Mikroebene zu gucken. Also vom Großen auf das immer Kleinerwerdende. Das heißt, ich schaue mir natürlich als erstes den Gesamtgrundriss an vom kompletten Haus. Also auch wenn jemand zum Beispiel nur eine Wohnung hat, spielt es ja eine Rolle, in welcher Himmelsrichtung ist denn diese Wohnung? Und jetzt gucken wir in den nächsten Step. Welche Räume sind denn in welcher Himmelsrichtung? Denn jede Himmelsrichtung hat natürlich eine gewisse Energiequalität, die steht für ein bestimmtes Lebensthema. Und folglich kann ich natürlich dann auch bestimmte Lebensthemen beeinflussen, wenn ich in der jeweiligen Himmelsrichtung was mache. Ganz typisch ist zum Beispiel der Südwesten. Das heißt für alle, die jetzt so im Bereich Partnersuche sind, schaut doch einfach mal, was ihr im Südwesten stehen habt. Welche Bilder hängen da? Welche Symboliken hängen da? Ja, hängen da immer nur einzelne Personen? Oder gibt es da tatsächlich auch so ein Vision Board, wo ihr mal zu zweit da steht? Also wo der Traumpartner, die Traumpartnerin einfach schon mit dabei ist? Sowas ist zum Beispiel ganz wichtig. Dann guckt man sich an, welche Pflanzen. Pflanzen haben ja auch eine bestimmte Energierichtung, so möchte ich das mal nennen. Also je nachdem, wie die Blätter geformt sind, wie die Blätter verteilt sind natürlich auch an der Pflanze. Und diese Wirkung kann man natürlich ja bestimmt setzen. Also ich sage da ganz gerne Akupunkturpunkte im Raum dazu. Also es spielt ja eine Rolle, wo stelle ich denn jetzt meine Pflanze hin? Aber auch, welche Pflanze stelle ich wohin? Und ja, genauso natürlich die Farben, die Farbpsychologie. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal erlebt. Ich persönlich habe in meinem Schlafzimmer ein richtig schönes Gelb gestrichen, weil ich es liebe, mit der Sonne aufzustehen. Das ist für mich irgendwie immer so die Inspiration von Teilern, die ich immer wieder mitbringe. Und ich weiß aber auch, dass es genug Klienten gibt, die da sehr, ja, zu sehr drauf reagieren. Also für die das einfach eine zu intensive Energie ist. Also zu aktivierend, möchte ich mal sagen. Die kommen dann quasi abends, nachts nicht in den Schlaf. Das heißt, man kann in der ersten, in der Eigenanalyse schon mal gucken, gibt es denn bestimmte Räume oder bestimmte, ich möchte sogar sagen, bestimmte Stellen im Raum, an denen ich mich besonders wohl fühle und andere, wo das nicht der Fall ist. Um mal so ein bisschen rauszufinden, was brauche ich denn eigentlich jetzt? Also brauche ich eher das Zurückgezogene, das zur Entspannung kommt, also eher dieses Yin-Prinzip, wie wir das sagen? Oder bin ich so sehr zurückgezogen, dass ich eigentlich mal aus mir rausgehen müsste? Vielleicht bin ich auch selbstständig und ich müsste mal ein bisschen auf die Bühne gehen, also in den Süden gehen, mich nach außen zeigen sozusagen. Dann brauche ich mehr Yang-Energie. Das heißt, man kann über die Materialien, über den Glanzgrad, sagen wir, tatsächlich kann man auch ganz viel Yin und Yang beeinflussen. Und jetzt heißt ja Feng Shui Wind und Wasser, also letztendlich Yin und Yang in Harmonie bringen, das wird auch ganz gerne als Harmonielehre bezeichnet. Vergesst dabei aber trotzdem eins nicht, wenn ihr einen guten Feng Shui-Berater an der Seite habt, dann macht es auch manchmal Sinn, wie ich das vorhin erklärt habe, so erstmal was rauszubringen. Also ich will jetzt nicht sagen, was zum Explodieren zu bringen, um Gottes Willen, aber die Energie einfach zu fokussieren, einfach mal Dinge zu verändern und zu gucken, wo geht denn die Reise jetzt hin? Und das ist nicht immer nur ganz harmonisch an der Stelle. Und gleichzeitig... Ich glaube, du hast da eben was ganz Wichtiges angesprochen, dass man auch vor allem in sich reinfühlt, dass man halt auch wirklich schaut, wie reagiere ich auf bestimmte Farben, auf bestimmte Stellen im Raum. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass das auch immer ein bisschen ein individuelles und organisches Vorgehen ist. Also es gibt da jetzt kein Baukastenprinzip, was ja für jeden funktioniert sozusagen, sondern jeder hat ja natürlich auch andere Dinge, die entweder positiv oder aber auch negativ auf ihn reagieren. Also wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, das Gelb hast du in deinem Schlafzimmer, andere assoziieren vielleicht mit Gelb vielleicht auch was Negatives oder irgendwas Krelles und so weiter. Also das ist ganz wichtig, dass man da halt auch wirklich schaut, ja, funktioniert das denn auch für mich? Genau, deswegen bin ich jetzt auch nicht die typische Feng Shui-Beraterin, die einfach nur diese Feng Shui-Regeln eins zu eins umsetzt, sondern was ich ganz gerne mache, ist ein Bazi-Chart als, ich sage immer, energetischer Fingerabdruck von derjenigen Person. Denn hier geht es darum, welche Energie habe ich? Welche Elemente spielen da miteinander? Das Bazi-Chart ist so eine Art chinesische Astrologie. Das wird in vier Säulen aufgeteilt. Das heißt, es geht um die Geburtsstunde, den Geburtstag, den Geburtsmonat und das Geburtsjahr. Und das alles ergibt ein energetisches Gesamtbild von dieser Person. Da kann man daraus ableiten, welche Himmelsrichtungen sind für die Person dienlich. Denn, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir im Basadi nicht ganz so gefallen. Da hieß es dann pauschal, die Himmelsrichtung ist für alle zum Schlafen gut und die ist für alle als Eingang gut. Und das war für mich so, das kann doch nicht sein, dass sieben Milliarden Menschen den gleichen Eingang, die gleiche Schlafrichtung und so weiter haben. Also deswegen macht Feng Shui und gerade dieses Bazi-Chart genau diesen Individualfaktor aus. Egal, ob ich jetzt ein Kinderzimmer betrachte oder ein Schlafzimmer von Erwachsenen. Es gibt einfach Richtungen, die stehen für unsere Gesundheit, ganz individuell. Und wenn ich in diesen Richtungen schlafe, dann habe ich einfach ein gestärkteres Immunsystem. Dann bin ich mehr im Einklang mit meiner Energie. Das ist es letztendlich. Genau. Ja, sehr schön. Gibt es zum Ende des Gespräches vielleicht noch ein paar Dinge, die man bei der Raumeinrichtung vermeiden sollte? Also Dinge, die vielleicht die Energie auf irgendeine Weise blockieren oder in ungewollt Richtung ablenken? Ja, also was ich immer wieder in meinen Beratungen erlebe, ist, dass Menschen in sogenannten Energieautobahnen schlafen oder auch einen Schreibtisch stehen haben. Das heißt, ich habe eine Tür auf der einen Seite, genau gegenüber dann das Fenster. Die Energie saust da quasi durch und der Mensch sitzt oder schläft dazwischen. Also sowas kann natürlich in jedem Fall einen unruhigen Schlaf bringen oder eben auch das nicht fokussierte Arbeiten am Schreibtisch. Oder was auch ganz gerne genommen wird, aber leider recht negativ ist, ist, wenn der Schreibtisch direkt vor eine Wand gestellt wird. Also dass man wirklich mit dem Kopf vor der Wand sitzt. Und dann hat man wirklich sprichwörtlich ein Brett vorm Kopf. Also es ist manchmal total simpel, wenn man so auf die Dinge schaut. Das ist jetzt was, was recht häufig passiert. Und gleichzeitig, wie wir es schon gesagt haben im Interview, es ist eine ganz individuelle Geschichte. Also es gibt hunderttausend Varianten und Möglichkeiten. Und man kann natürlich auch nicht nur ein Zimmer betrachten. Denn so wie der Mensch auch ganzheitlich von einem Heilpraktiker oder Naturarzt betrachtet werden sollte, so müssen wir das auch mit den Räumen machen. Man kann schon jedes Zimmer einen gewissen Fokus drauflegen. Aber das Gesamtbild kriege ich erst, wenn ich auch gucke, wo ist das Kinderzimmer in Bezug auf die Wohnung? Welchen Einfluss habe ich? Also welche Räume liegen letztendlich auch drumherum um das Kinderzimmer zum Beispiel? Und dann gibt das Ganze ein Gesamtbild und stimmt in der Regel natürlich auch mit dem Menschen, mit der Person selber überein. Ja, sehr schön. Ja, gut. Also ich denke, dann haben wir einen sehr schönen Überblick über das Thema energetische Räume gegeben. Jetzt würde mich von unseren Zuschauern auf jeden Fall sehr interessieren, ob ihr vielleicht noch spezifische Fragen habt. Vielleicht Fragen zu spezifischen Räumen. Wie kann ich vielleicht ein Kinderzimmer einrichten? Wie kann ich vielleicht die Küche einrichten? Das Arbeitszimmer, das Schlafzimmer, das Wohnzimmer? Also falls ihr diesbezüglich Fragen habt, dann stellt sie uns gerne in den Kommentaren und wir werden dann mal schauen, ob wir dann ein Aufbau-Video zu dem Thema gemeinsam aufnehmen. Ansonsten, falls ihr da draußen jetzt Interesse an einer individuellen Beratung bekommen haben solltet, also eine individuelle Beratung über euer Arbeitszimmer, über euren Wohnbereich, was man da vielleicht energetisch noch optimieren könnte, ob da vielleicht irgendwelche energetischen Blockaden liegen, die euch ja in negativer Art und Weise beeinflussen, dann haben wir wie gesagt unter diesem Video einen Link, wo ihr eine individuelle Beratung bei Kathleen anfragen könnt. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bedanke mich fürs Zuschauen und natürlich bei dir, liebe Kathleen, für den sehr informativen Vortrag. Danke für die Einladung. Bis bald. Tschüss.